Neu eingetroffene Leben steht hinter mir, der perfekte Familienfahrzeug als Sechssitzer. Es ist ein V250er aus dem Jahr 2016, aus zweiter Hand, unfallfrei, deutsche Erstauslieferung, 117.000 gelaufen mit dem leistungsstarken 190 PS in einer perfekten Farbkombination und Top-Ausstattung. Komm, gucken Sie uns das einmal gemeinsam an. Wir haben LED-Scheinwerfer, 63 Grad Kamera, wir haben Vollledersitz in schwarz, Sporhalteassistenz als Allradantrieb, Burmester Soundsystem, Doppelschiebetür, elektrisch, Ambientenbeleuchtung, Tischfunktion ist vorhanden, ist selten, 3-Zonen-Klimaautomatik. In den letzten Sitzreihen haben wir Isofix-Befestigung. Ja, eine Ablagefunktion ist auch vorhanden, ist auch eine coole Funktion. Hier kann man einiges an Stauraum reinlegen. Steht nicht im Kundenauftrag. Die letzten V-Klassen sind ja ratzfahrt schnell weggegangen. Ich finde die Sitzposition als Sechsitzer echt elegant. Das ist mein Favorit. Pflege, leichte Farbe. Und was soll er kosten? Du kannst das Fahrzeug bei uns für 38.850 Euro kaufen. Selbstverständlich bieten wir immer noch die 0% Finanzierung über die Santandan. Ruft uns an. Wir erklären euch, wie es funktioniert. Ja, wir nehmen auch dein altes Fahrzeug zu fairen Preisen auf. Uns steht nicht im Kundenauftrag. Wir stehen unter unseren Fahrzeugen. Und wenn ich jetzt mit dem Video dein Interesse geweckt habe und wenn du so ein Wagen nicht verpassen möchtest, dann lohnt sich der Weg nach Müller-Manderohr. Ich danke fürs Zuschauen und man sieht sich beim nächsten Video. Ciao, ciao!